Herzlich willkommen zum Bau der Surfschule mit dem Visual Composer. Nach dem Start einer neuen Seite werden wir von diesem Bildschirm begrüßt. Hier in der Mitte lässt sich der Name der Seite festlegen und dann haben wir noch das Menü hier auf der linken Seite. Das lässt sich aber auch beliebig anpassen. Zum Beispiel können wir es oben, unten, rechts oder sogar freischwebend lassen. Ich mag es ganz gerne, wenn es auf der linken Seite ist. Schauen wir uns also zuerst mal das Menü an. Über das Pluszeichen können wir Elemente hinzufügen und das sind die Elemente, die uns zur Verfügung stehen in der kostenlosen Version. Das hier ist das Vorlagenverzeichnis. Das können wir auffüllen, je nachdem wie viele Vorlagen wir hier rein kopieren. Die Strukturansicht werden wir später nochmal benutzen. Hier können wir die Elemente, die auf der Seite eingebunden sind, nach oben und nach unten schieben. Rückgängig und wiederholen und über diesen Button können wir entsprechende Responsive Layouts überprüfen. Überprüfen, ob unser Layout entsprechend so aussieht, dass wir auch in der Mobilversion damit zufrieden sind. Über die Einstellungen können wir ein paar kleinere Einstellungen vornehmen. Wichtig, denke ich, für manche Leute wird sein, die Einstellungen über individuelles CSS. Dann haben wir noch den Speichern-Button und das Menü, mit dem wir auch die Änderungen uns mal anzeigen lassen können. Und ganz zum Schluss haben wir noch unter diesem Menüpunkt den sogenannten Visual Composer Hub. Im Hub können wir jede Menge Elemente und Vorlagen uns ja schon mal anzeigen lassen und entsprechend dann auch sortieren, nach dem, was tatsächlich möglich ist. Dazu müssen wir hier gehen. In der kostenlosen, also in der Free-Version können wir diese Elemente verwenden, beziehungsweise diese Templates, diese Blöcke, Add-ons, Headers, Footers, Sidebars. Außerdem gibt es noch eine Integration mit Unsplash. Das ist eine Website, da kann man kostenlose Stockfotos runterladen. Die sind völlig royalty-free und hier gibt es auch noch eine Einbindung, wenn man denn das Premium-Theme verwendet. Was uns zum Bau der Surfschule besonders interessiert, ist erstmal eine Zeile einzufügen. Dazu können wir hier unten auf Add Element klicken. Das hat den gleichen Effekt, als hätten wir hier auf das Plus geklickt. So, wir fügen mal eine Zeile ein. Die haben wir jetzt hier oben. Und ich weiß jetzt schon direkt, dass diese Zeile auf jeden Fall über die gesamte Breite verlaufen muss. Und dazu kann ich in ihr oder an ihr diverse Einstellungen vornehmen. Also wenn ich hier oben auf die Row klicke, dann kann ich hier zum Beispiel über Edit das Menü erreichen und hier die Breite der Zeile ganz aufziehen. Wenn ich jetzt mit der Maus hier drüber gehe, dann sehe ich auch, dass die Zeile tatsächlich bis zum Rand verläuft. Damit wir gleich sehen können, welche Elemente in die entsprechenden Zeilen und Spalten eingefügt werden, brauchen wir erstmal eine Hintergrundgrafik. Und aus meiner Erfahrung mit dem Visual Composer kann ich sagen, dass man sehr darauf aufpassen muss, in welche Zeile bzw. Spalte man jeweils etwas einfügt oder mit welcher Zeile und Spalte man gerade arbeitet. Und das bedeutet, man muss immer genau aufpassen, welches Icon gerade aktiv ist. Wir müssen nämlich jetzt die Hintergrundgrafik nicht etwa hier einfügen, sondern dort. Ansonsten würde sie nämlich nur innerhalb dieser inneren Zeile stattfinden oder innerhalb dieser Spalte. Wir müssen hier hin und dann entsprechend über Design Optionen hier runter Single Image. Das ist soweit richtig. Dann entsprechend das Bild einfügen. Das ist das richtige Bild. Und jetzt kommt etwas Witziges. Jede andere Website-Bilder-Software erlaubt uns ja, ein Hintergrundbild mit einem Alpha-Effekt, also mit einem Transparenzeffekt zu versehen. Das ist auch hier im Visual Composer möglich, allerdings nur über einen Umweg. Und zwar müssen wir einen Gradienten dazu verwenden. Warum das so ist, das kann ich nicht wirklich sagen, aber es ist so. Also muss ich hier einen Gradient Overlay definieren und dann die Farbe des Gradient Overlays entsprechend einstellen. Beispielsweise hier auf einfaches Grau, beziehungsweise Schwarz. Wählen wir einfach mal Schwarz aus. Und die Endcolor ist eben auch Schwarz. Jetzt ist alles komplett Schwarz und jetzt muss ich tatsächlich hier bei A 50% definieren. Und wir sehen jetzt, dass es sich um einen Gradienten handelt. Denn hier auf der Seite ist es transparent und hier nicht. Und jetzt gehen wir hier rein und wählen auch nochmal 50% aus. Und jetzt erzielen wir genau den gleichen Effekt wie in anderen Website-Bildern auch. Nur mit ein paar mehr Klicks. So, und jetzt gilt es genau aufzupassen. Wir haben hier eine Masterzeile, in der eine Zeile und eine Spalte enthalten sind. Und ich möchte jetzt hier weitere Zeilen hinzufügen. Das bedeutet, ich klicke auf dieses Pluszeichen, füge eine Zeile hinzu. Und jetzt sehen wir hier oben, dass es sich um eine Zeile handelt, in der eine Spalte drin ist. Und in dieser Spalte ist eine weitere Zeile enthalten. Und hier ist wieder eine Spalte enthalten. In diese innere Zeile möchte ich auch noch eine weitere Spalte hinzufügen. Jetzt habe ich hier drin zwei innere Spalten. Und jetzt brauche ich in dieser Spalte auch noch eine weitere Zeile. Und in dieser Zeile füge ich noch eine weitere Spalte hinzu. Und jetzt habe ich tatsächlich zwei Zeilen mit jeweils zwei Spalten. Ich weiß, das ist ganz schön kompliziert, aber nach einer Weile rumprobieren, war das so die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, das Layout dieser Kopfzeile tatsächlich so hinzubekommen wie im Original. Hier sehen wir es nochmal komplett ausgesumt. Und jetzt fügen wir als nächstes mal alle wichtigen Elemente ein. Beginnen wir hier mit der Überschrift. Das machen wir mit Google Fonts. Hier Roboto, wie gehabt. Und als Farbe wollen wir Weiß. Also ein Klick hier drauf. Und dann haben wir auch schon hier die Möglichkeit, die Farbe einzustellen. Machen wir hier Weiß. Wunderbar. Unser Text kommt in die... Okay, als nächstes Element das Bild mit dem Logo. Hier kommt also ein Bild. Das müssen wir dann austauschen. Surfschule. Das hat noch nicht die richtige Größe. Also können wir hier mal die Größe ändern. Und jetzt kommt noch etwas Witziges. Und zwar, um die Größe des Bildes zu ändern, müssen wir ein Wort eingeben. Also hier beispielsweise Thumbnail, Medium, Large und so weiter. Wir können also nicht einfach die Pixelbreite oder so definieren, sondern wir müssen hier Medium tippen. Das ist auch noch eine Altlast der, naja, der alten Software des WP Bakery Page Builders sozusagen. Das Ganze machen wir nach rechts. Ja, und wir sehen, das sind die einzigen Möglichkeiten, die wir hier haben, das Ganze einzustellen. Aber okay. In die nächste Zelle. Hier wollen wir ein Icon einfügen. Das haben wir hier. Das Icon, das müssen wir, ja, Circle gefällt uns eigentlich ganz gut. Das ist so wie gehabt. Und jetzt wollen wir noch eine blaue Farbe finden, die in etwa stimmt. Sagen wir mal diese Farbe hier. Wenn ich übrigens klicke, halte und mich bewege, dann wird die Farbe nicht live geupdatet, was ein bisschen komisch ist. Ja, diese Farbe gefällt mir ganz gut. Und das Ganze wollen wir rechts ausrichten. Und um die Größe zu verändern, kann ich hier auf L klicken. Das ist aber dann die größte Größe, die mir hier angeboten wird. Ich könnte natürlich hingehen und dem Ganzen jetzt eine CSS-Klasse geben und dann hier in den Einstellungen diese CSS-Klasse auf eine bestimmte Größe setzen. Das kann ich natürlich immer machen. Aber die Frage ist natürlich, ob dann der ganze Sinn und Zweck, das What you see is what you get, dann nicht ein bisschen ins Hintertreffen gerät und ob das wirklich eine Funktion ist, die der Anbieter hier nicht mit anbieten sollte. Aber okay. Und in die nächste Zelle hier können wir mal ebenfalls eine Überschrift einfügen. Diese Überschrift geben wir, also fügen wir erstmal das hier. Das habe ich im Zwischenspeicher gehabt. Dann das Ganze markieren. Jetzt wird hier alles auf dunkel gesetzt. Warum genau, weiß ich nicht. Mich irritiert das eigentlich eher. Aber wenn ich jetzt hier auf Edit gehe, müsste ich hier drüben auch entsprechend alles auswählen können. Es gibt nämlich, also es macht auf jeden Fall den Eindruck, dass ich dann irgendwie da drüben das nicht mehr auswählen könnte, was natürlich doof ist. So, und hier wollen wir auch weiß auswählen. Okay. Und das Ganze soll ja mittig zu diesem Icon ausgerichtet werden. Das bedeutet, ich möchte, dass das, was hier in dieser Zeile stattfindet, dass das mittig ausgerichtet wird. Und dazu markiere ich mal die Zeile, gehe auf Edit und versuche hier entsprechend das Icon zu finden. Nach meinem Verständnis sollte das funktionieren, wenn ich es so mache. Ich kann jetzt nochmal versuchen, dass vielleicht, ja, für diese Zelle, das wird wohl nicht funktionieren, aber vielleicht für dieses Element hier. Ne, das funktioniert zum Beispiel nicht. Und dann vielleicht noch einmal für das komplett darüber liegende Element. Hier kann ich zum Beispiel Column Equal Height einstellen. Das bringt nichts. Full Height, da würde das über den ganzen Bildschirm gehen. Und die Position hier mittig. Das funktioniert also eben auch nicht. Hier im Icon können wir auch noch ein anderes Symbol auswählen. Ich klicke mal auf das Icon und dann muss ich hier drauf gehen. Edit. Und hier ist es mir möglich. Ja, von Awesome entsprechend. Water müsste mir eigentlich genau das Symbol angezeigt werden. Genau, das ist ja auch im Original so. Dieser gesamte Kopfbereich sollte definitiv etwas höher sein. Und dazu könnte ich jetzt einfach mal die Zeile entsprechend mit ein bisschen was Margin versehen. Sagen wir mal 120 oben und 120 unten. Ja, jetzt sehen wir den Surfer hier unten. Das kommt im Original schon relativ nah. So, hier bin ich aus der Zukunft, denn ich habe herausgefunden, wie ich das Ganze dann doch mittig ausrichte. Und zwar diese Spalte hier. Ich habe hier schon die 4% Margin Top herausgenommen. Und der Trick ist auf jeden Fall nicht in der Spalte, sondern in der Zeilenoption. Und zwar hier der beinhaltenden Zeile auf Edit zu gehen. Und dann haben wir ja hier schon die Content Position auf, ich lasse ihn mal auf Top. Und wenn ich jetzt hier Equal Height einstelle, dann ist es immer noch Top. Und wenn ich jetzt auf die Mitte gehe, dann habe ich das Ganze tatsächlich mittig ausgerichtet. Die nächste Zeile sollte deutlich einfacher sein. Hier haben wir einfach drei Spalten mit einem Icon, einer Überschrift und einem Fließtext. Okay, wir fügen mal drei Spalten ein. Und jetzt können wir hier auf dieser Seite anfangen, damit unsere Elemente einzufügen. Ich werde dabei wieder so vorgehen, dass ich hier die Elemente einfüge und dann einfach von links nach rechts dupliziere oder klone. Also ein Klick auf das Pluszeichen und jetzt suchen wir ein Icon. Das hat funktioniert. Diesmal machen wir es etwas kleiner, mittig ausgerichtet und dann das nächste Element auf das Pluszeichen. Hier kommt eine Überschrift. Diese Überschrift wird auf jeden Fall mittig ausgerichtet. Das machen wir dann auf dieser Seite. Und unter der Überschrift kommt ein Fließtext. Und hier könnten wir ja den Textblock nehmen. In dem Textblock brauchen wir die Überschrift nicht. Können wir das schon mal hochziehen. Und das ist unser Basis-Layout. Bevor ich nach rechts dupliziere, möchte ich noch ein paar Anpassungen vornehmen. Zum einen das Icon. Hier möchte ich definitiv eine schwarze Farbe haben. Und ich möchte auch keinerlei Hintergrundrahmen oder so. Also kein Circle. Ja, das passt schon mal sehr gut. Die Überschrift möchte ich ganz gerne anpassen. Und hier Roboto auswählen. Sehr gut. Und hier unten in dem Bereich, da möchte ich auch gerne die Überschrift oder den Font entsprechend selektieren. Und hierzu muss ich dann entsprechend hier draufklicken. Und dann sieht am Anfang nicht so aus, aber wenn wir hier weiter runterscrollen, dann kommen auch die ganzen Google Fonts. Also hier einmal bis R runterscrollen. Leider kann man nicht zum Beispiel einfach auf die Tastatur tippen, wie man das sehr oft in diesen Dialogen kann. Also wenn ich jetzt hier auf A zum Beispiel gehe, dann geht auf der Seite was auf. R, T. Ja, hier wird, ach so, ich bin hier oben in die Suchbox reingeraten. Das ist nicht optimal, wie man sieht. Also hier nochmal aufmachen. Dann muss man schon wieder den ganzen Weg nach unten scrollen. Also ungefähr bis QR und dann Roboto auswählen. Hat das jetzt gemacht. Kann ich nicht wirklich sehen, weil er mir jetzt auch den Font nicht anzeigt. Das heißt, hier steht immer noch Standard. Ich klicke nochmal auf Standard, auf Roboto. Ja, könnte sein, aber der Font ist so klein. Ich kann das gar nicht richtig sagen, ob er das übernommen hat. Also wähle ich einfach mal einen anderen Font aus, Rocket. Okay, er macht es also anscheinend. Wieder zurück zur Roboto. Okay. Also ich habe das Icon, ich habe die Überschrift und das schon mal im richtigen Font gesetzt. Und jetzt möchte ich das nach rechts duplizieren. Dann gehe ich also hier auf die Spalte und gehe auf Clone. Und dann fügt er eins rechts ein. Dann mache ich das Ganze nochmal. Clone. Jetzt habe ich hier natürlich ein paar Spalten zu viel. Die kann ich auch einfach löschen. So, jetzt habe ich meine drei Spalten, die ich nur noch mit den entsprechenden Werten ausfüllen muss. Den Text für hier unten habe ich schon im Zwischenspeicher. Füge ein. Immerhin hat er den ersten Satz als Fett. Das schafft auch nicht jedes Plugin. Die Überschrift selbst ist einfach Lesen. Und das Icon, da möchte ich ein anderes Icon auswählen. Klick, Edit. Und hier kann ich jeweils ein anderes Icon auswählen. Ich gebe also hier einfach mal Read ein und bekomme tatsächlich das gewünschte Icon. Wunderbar. Und jetzt mache ich das einfach mal für die restlichen beiden Spalten. Wunderbar. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Platz oben und unten. Also hier die Zeile auswählen. Row Layout. Bisschen runterscrollen. Und dann 80 oben, 80 unten. Passt. Fast diesen Text hier übersehen. Also schnell noch eingefügt. Die nächste Zeile, das nächste Element sollte deutlich einfacher sein. Wir haben hier lediglich eine einfache Zeile, die, wenn wir sie dann konfigurieren, Edit, über die gesamte Breite gehen sollte. Das haben wir schon mal geschafft. Jetzt müssen wir nur noch hier über diese Optionen, Designoptionen, entsprechend ein Bild hochladen. Und zwar unser Server. Einfügen. Das geht schon mal über die gesamte Breite. Das ist ganz gut. Und jetzt können wir noch in diesem Bereich hier unseren Satz einfügen. So, das klappt ganz gut. Ich markiere. Hier ist der Satz. Der Satz sollte jetzt folgende Farbe haben. Also erstmal der Font. Wir haben hier gehabt Roboto. Und die Farbe ist weiß. Die Font Size setzen wir mal auf 80 und das Ganze mittig ausrichten. Wunderbar. Eine Sache, auf die ich noch hinweisen möchte. All die kleinen Schrittchen, die ich jetzt gerade vollzogen habe, wenn die mir nicht gefallen, dann kann ich es nicht rückgängig machen, obwohl hier oben angezeigt wird, dass es rückwärts und vorwärts gehen soll. Die meisten anderen Plugins unterstützen das auf eine sehr zuverlässige Art und Weise. Aber der Visual Composer leider nicht, wie man hier sieht. Das waren jetzt ja nun wirklich keine weltbewegenden Änderungen, die ich hier vorgenommen habe. Aber die kann ich jetzt nicht rückgängig machen. Also, dass ich von mittig ausrichten auf links ausrichten gehe, das kann ich nicht rückgängig machen. Eine weitere Sache ist, dass ich möchte, dass das Layout hierfür in den Designoptionen, wo haben wir es, dass es über die gesamte Höhe aufgezogen werden soll. Sehr gut. Jetzt brauche ich noch den Hintergrund für diese Spalte vielmehr. Edit. Und die Hintergrundfarbe hierfür kann ich jetzt hier an dieser Stelle einstellen. Das ist ganz witzig, weil ich in anderen Elementen diese Optionen nicht habe, sondern über die Gradienten gehen muss. Hier kann ich tatsächlich 50% Transparenz und Schwarz auswählen. So, also nicht alles gleichzeitig. 50% Transparent. Und dann sieht es schon mal sehr ähnlich aus, wie im von mir gewünschten Original. Das Element sollte nicht ganz so breit sein. Also gehe ich hier mal in die Designoptionen. Und vielleicht möchte ich an der Seite 10% Platz lassen. Und hier, auch hier wiederum der Hinweis, ich kann das nur über die Margin und über das Padding regeln und nicht etwa über die Breite. Also viel einfacher wäre es ja, wenn ich sagen könnte, das Ding soll 60 oder 80% breit sein. Auch interessant, wenn die Zeile auf die volle Höhe gezogen wird, dann haben wir hier auch für die Position der Spalte weitere Einstellungsmöglichkeiten. Und hier kann ich auf Mittel klicken und schon rutscht meine Spalte in die Mitte und so kann ich den Effekt tatsächlich im Visual Composer genau nachbauen. Die nächste Zeile, das nächste Layout-Element ist unser Click-Team. Hier haben wir eine Überschrift und drei Spalten. Ich beginne erst mal damit, eine Zeile einzufügen. Und in diese Zeile kommt erst mal eine Überschrift. Und diese Überschrift ist wie gehabt, also erst mal unser Click-Team. Und diese Überschrift ist dann Roboto. Und die Größe ist 72 mittig. Definieren wir doch für diese Zeile unter den Design-Optionen direkt auch noch ein bisschen Platz nach oben und nach unten. So. Und jetzt fügen wir unter die Überschrift eine weitere Zeile ein. Und in der Zeile haben wir dann eine Spalte. Die können wir erst mal befüllen und dann wie gehabt auch diesmal klonen. Hier kommt rein erst mal ein Bild. Und es ist manchmal schwierig für mich, diese rechten Icons auszuwählen, weil die Box des Overlay, was hier aufgeht, das sieht so aus, als könnte man dann nicht mehr nach rechts gehen. Also ich muss sagen, es geht dann, wenn man mit der Maus nach rechts geht, aber es ist doch stark irritierend. Also wir fügen erst mal das Bild ein. Ihn haben wir zuerst. Wunderbar. Da drunter kommt eine Überschrift. Und da kommt dann entsprechend der Name rein. auch hier haben wir wieder unsere Roboto-Schriftart. Das Ganze ist mittig. Das ist jetzt okay, dass das nach in die Mitte gerutscht ist, beziehungsweise könnten wir im Prinzip auch das Bild mittig ausrichten. Und darunter kommt ja noch mal in einem kleineren Font. Und ich nehme auch direkt wieder so eine Überschrift, weil das einfacher ist. die Funktion. Das Ganze in Klammern. Unsere Schriftart. Und das Ganze kann jetzt einfach ein Paragraph sein. Wunderbar. Mittig ausgerichtet. Diese Schrift. Die kann ruhig ein bisschen kleiner sein. H2. Vielleicht eine H3. Oder vielleicht auch nur ein P. Lassen wir es ruhig mal bei einer H2. Und machen als Schriftart. 24. Kommt das hin? Ja, kommt hin. Im Basis-Layout haben wir es in der Regel ein bisschen fetter auch noch. Versuchen wir das einfach mal hinzukriegen. Wenn wir hier auf Bold gehen. Ja, das funktioniert ganz gut. Jetzt ist der Platz dazwischen natürlich relativ groß. Und wenn ich das in ein P umschalte, dann ist es immer noch so. Ich habe noch ein bisschen experimentiert, um herauszufinden, ob ich die beiden Zeilen etwas näher aneinander bekommen kann, ohne CSS zu verwenden. Und das Einzige, was ich hier finden konnte, ist, wenn ich die Line-Height auf 1 setze, dann ruckt es etwas näher zusammen. Klappt aber nicht, wenn ich das Ganze für das P-Element, also für den Paragrafen hier unten mache. Also müssen wir uns erstmal damit zufrieden geben. Okay. Als nächstes brauchen wir diese Spalte noch entsprechend auf der rechten Seite. Dann können wir klonen und nochmal klonen. Ja, das sieht schon mal richtig aus. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch Bilder und die Wörter entsprechend austauschen. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, woher dieses Maxine-Maxinchen kommt. Und offensichtlich habe ich das wahrscheinlich einmal als Bildtext definiert. Das möchte ich aber nicht unbedingt haben. Jetzt muss ich also herausfinden, wie ich das wieder wegkriege. Na, das ist ja auch mal eine gute Möglichkeit, das Drag & Drop auszuprobieren. Ich füge hier unten einfach nochmal ein Element ein. Single Image. Und jetzt wählen wir das Bild nochmal aus. Und tatsächlich habe ich in den Optionen des Bildes das hier hinterlassen. Also, einfügen, genau. Jetzt muss ich einmal da draufklicken. Und wenn ich das Bild jetzt Move Single Image, genau, das hier anklicken und jetzt ohne zu klicken, kann ich entsprechend das bewegen. Jetzt möchte ich das hier oben einfügen. Ne, das hat nicht geklappt. Nochmal. Move Single Image. Hier oben hin. Und was er macht ist, er geht immer in dieses Feld rein. Vielleicht muss ich tatsächlich das hier oben nehmen und nach unten bewegen. Das kann natürlich auch sein. Move Google Fonts Heading. Hier unten rein. Wunderbar. Hat geklappt. Kommen wir zur Bildergalerie. Die schönsten Surfspots. Jetzt brauchen wir erst mal eine einfache Spalte beziehungsweise Zeile. Und hier in den Einstellungen wollen wir auf jeden Fall, dass die auseinandergezogen wird. Jetzt geht es über die gesamte Breite. Und als erstes haben wir hier eine Überschrift. Die schönsten Surfspots. Und jetzt wollen wir das Ganze mittig ausrichten. Von der Größe her durchaus ein bisschen größer. Am A80 ist zu groß. Das haben wir dann immer gehabt. 48. Und Roboto. das Ganze in weiß. Und dann sehen wir sie natürlich nicht mehr. Das bedeutet, wir müssen hier von dem darüberliegenden Element Design Options hier weiter unten einen Overlay kreieren. Denn diesmal wollen wir tatsächlich einen Gradienten-Overlay haben. Und idealerweise einen Radialen. Die hellere Farbe machen wir in hellblau. Irgendwie sowas in der Art. Ja. Und das hier unten. Das machen wir als sollte auf jeden Fall 100% sein. in einem etwas dunkleren Meeresblau. Ja. Sehr gut. Und jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen größer gestalten. Vielleicht wollen wir hier auch noch zusätzlich einfach mal 80 Padding eingeben. 80 und 80. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch die Bildergalerie. Achso. Vielleicht noch ein bisschen fetter gestalten hier. So. Nicht normal, sondern bold. Ha. Schon besser. Die Überschrift ist aktuell sehr hell. Hell auf hell. Deswegen versuchen wir doch einfach mal hier. Das ist manchmal schwierig. Ich bin mit der Maus über der Überschrift und versuche hier in die Elemente zu kommen und manchmal verschwinden die einfach. Mal geht's, mal nicht. Okay. Edit. Und vielleicht können wir hier einfach mal den Schatten aktivieren. Und jetzt musste ich eine Weile danach suchen und zum Schluss bin ich auch noch hier in die Optionen für die umgebende Box gegangen in der Hoffnung, dass es darüber funktioniert. Aber da wird natürlich nur ein Box Shadow für die Box gestaltet und hierfür kann ich es nicht finden. Ja, auch gute zu wissen oder vielleicht übersehe ich es auch einfach nur, dass ein Box Shadow für den Font nicht möglich ist, was natürlich auch unüblich ist. Ja, die Hintergrund Farbe ist es natürlich nicht. Da bleibt dann wahrscheinlich auch wieder nur üblich, das Ganze über CSS zu regeln. Okay, direkt da drunter fügen wir dann die Galerie ein. Hierzu gibt es ein extra Element. Wow, das ging schnell. Das ist super. Das sieht genauso aus, wie wir uns das vorstellen. Und zwar können wir jetzt hier die Bilder entfernen, die, die wir nicht haben wollen und dann einfach unsere eigenen Bilder hinzufügen. Hier habe ich mal die neuen Bilder ausgewählt, die ich gerne haben möchte. Hinzufügen und wunderbar. Das wird mir direkt richtig angezeigt. Wenn ich draufklicke, wird es vergrößert. Weiter, vor und zurück. Ja, so stellt man sich eine Bildergalerie vor. Die Funktion, muss ich sagen, haben sie wirklich sehr schön gelöst. Auf zum nächsten Bereich. Wir haben hier auf jeden Fall einen Zwei-Spalten-Layout. Hier sind die zwei Spalten und das Ganze sollte auch über die wenigstens über die gesamte Breite gehen. Das dürfte ausreichen. Hierfür möchten wir ein Hintergrundbild definieren. Ja, jetzt hat er sich nicht richtig verhalten. Design Options. Hier ist das Bild und das richtige Bild ist das mit den Wellen oder mit der großen Welle, die überschlägt, die hier. Okay. Brauchen wir noch die Background Color und hier verwenden wir Schwarz. Seltsamerweise wird mir hier jetzt die Möglichkeit angeboten, dass ich das einfach über die Farbe regeln kann. Nee, es funktioniert trotzdem nicht. Background Color ist Schwarz, aber es ist ja kein Overlay definiert. Jaja, jetzt immer das Gleiche. Also ich muss den Overlay aktivieren und dann im Overlay beide Farben auf Schwarz einstellen, vielleicht etwas höher scrollen, beide Farben auf Schwarz 50% und dann klappt das auch mit dem Overlay. Sehr seltsame Funktion, aber okay, wenn Sie es so wollen, dann bekommen Sie es auch. Auf dieser Seite fügen wir dann jetzt einfach mal einen Textblock ein, gucken, ob das funktioniert und den Font setzen wir auf Roboto. Da müssen wir erst wieder ganz runter scrollen. Das ist ein bisschen nervig, aber so funktioniert es eben Roboto. Und jetzt haben wir hier auf der Seite das Wort Kontakt stehen und das Ganze ist auch deutlich, also erstmal ist alles auf weiß und deutlich größer. Das Kontakt ist übrigens deutlich fetter. Nehmen wir das einfach mal. War es nicht so wie im Original. Ja, schon besser. Wir selektieren alles und können dann hier auf der Seite die Textfarbe auf weiß stellen. Das hat nicht funktioniert, also müssen wir hier alles selektieren und die Textfarbe auf weiß stellen und jetzt sehen wir den Text in dem Feld hier nicht mehr. Das ist natürlich auch witzig, aber wir sehen ihn immerhin hier auf der Seite. So, jetzt haben wir noch den Kontaktierer uns und wir zeigen dir wie man im Web surft. Okay, und dann können wir uns um die rechte Seite kümmern. Hier können wir eigentlich das gleiche nochmal machen. Den Textblock einfügen. Diesmal brauchen wir keine Überschrift, sondern nur unsere Listenpunkte. Markiere das alles und einfügen und da fällt einem natürlich direkt auf, dass wir ja, wir werden so natürlich keine Icons definieren können. Also schauen wir mal, ob das funktioniert. Auch ein Blick in den Content Hub zeigt, dass es das nicht gibt, also wenigstens nicht unter den Elementen, die in der Free Version verfügbar sind. Wir können ja mal in die Premium Version schalten. Also ich bin im Bereich Elements nicht fündig geworden, auch nicht in der Pro-Sektion oder Selektion und habe hier einfach mal Icon eingegeben. Da gibt es diverse Möglichkeiten, also zum Beispiel auch das, was wir weiter umgemacht haben. Das können wir auch direkt so einfügen. Die Icon-Gruppe gibt es auch, aber es gibt jetzt keine Icons, so wie wir sie jetzt im Kontaktbereich zum Beispiel verwenden wollen. Das müssten wir uns dann irgendwie selbst basteln. Sogar eine Icon-Timeline gibt es, aber keine einfache Icon-Liste. Ich würde sagen, in dem Fall geben wir uns einfach dann damit zufrieden, dass da einfach nur der Text steht und fügen wir einfach mal einen Textblock hinzu und nehmen das dann wieder raus. Dann wird das Ganze eingefügt als Liste und das muss dann auch so in Ordnung sein. Wir brauchen das auf Weiß. Ja, perfekt. Okay, das passt. Damit bin ich eigentlich recht zufrieden. Auch wenn es nicht 100% aussieht wie im Original, aber das können wir so stehen lassen. Vielleicht geben wir dem Ganzen noch ein bisschen mehr Platz von außen. Das heißt Rowlayout im Darüber oder Darum liegenden Element und dann haben wir hier ein Padding von mir aus von 80 oben und 80 unten. Ja, das kommt der Sache doch schon relativ nah. Ich glaube, diese Schrift haben wir ein bisschen größer. Klicken wir einfach nochmal hier drauf. Da müssen wir also hier in den unsichtbaren Text gehen und entsprechend das Ganze ein bisschen größer gestalten und das einfach über diese Geschichte. Das sieht doch ganz gut aus. Jetzt sehen wir, dass wir hier auf der Seite das Ganze auch noch mittig ausrichten könnten. Dazu gehen wir in die Zeileneinstellungen und dann nochmal in die Zeileneinstellungen und die Position machen wir mittig. Wahrscheinlich müssen wir vorher die Spalten auf die gleiche Höhe bringen und das Ganze sieht ja schon ganz gut aus jetzt. Wundervoll, das Ganze passt doch hervorragend. Dann brauchen wir ja nur noch hier unten eine Fußzeile mit unserer Copyright Information. Also auf der linken Seite fügen wir einfach einen Text Block ein ohne Überschrift Copyright Surfer Team auf der anderen Seite kommen zwei Links rein Text Block Überschrift weg alles selektieren einfügen Impressum und Datenschutz ist auch da das Ganze soll rechts ausgerichtet werden so für das ganze Element ein bisschen Platz von oben machen wir hier mal eine Margin von 80 rein wunderbar und das Ganze sieht schon richtig gut aus jetzt wollen wir das Ganze nochmal abspeichern das hat geklappt und dann die gesamte Webseite einmal begutachten also die gesamte Webseite die Surfschule lädt das sieht gut aus ja alle Elemente drin die Galerie funktioniert prächtig Kontakt Impressum und so weiter wir haben es geschafft nicht 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 Vielen Dank.